Hallo, mein Name ist Euron Pöhn, ich bin der Gesellschafter von der PPU Umbertechnik in Berlin. Wir produzieren hier am Standort Bayreuth Anlagen für die Behandlung von Wasser und Abwasser. Die Marke Clearfox, unser Produktlabel, steht international für bezahlbare, innovative und an die jeweiligen Marktverhältnisse angepasste Technologien. Viele von den Systemen gehen an internationale Kunden und es ist oft so, dass sie ihre Kläranlagen vor der Auslieferung gutachten wollen oder auch den Koordinationsstandort sowie auch das Team von der PPU möglicherweise kennenlernen wollen. Wir haben uns daher als 2020 dazu entschlossen, einerseits unsere Bürokapazitäten zu erweitern und gleichzeitig für unsere Besucher adäquate Räumlichkeiten bereitzustellen. Es wurden daraufhin von uns mehrere Innenausbaufirmen kontaktiert und letztendlich fiel die Wahl auf die Firma Maiko aus Main-Neuss im Landkreis Kulm. Das war zum einen der erste gute Eindruck, zum anderen aber natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis als Generalunternehmer für den Gesamtumbau. Die Vorgaben von uns waren Erweiterung von Büroflächen. Wir wollten also fünf in sich abschließbare Büroräume. Wir wollten optisch eine Verbindung schaffen zu unseren Produkten und zu unseren Leistungen. Wir produzieren Kläranlagen in C-Containern und das sollte man irgendwie sehen. Die Kombination aus Besucher-Lounge und auch einer Firmenpräsentation von unseren TIFOX Standardprodukten. Eigentlich sollte es so einen leichten Charakter wie eine Hausmesse erwecken. Wir haben Sitzgelegenheiten benötigt für interne Meetings, sowie auch Platz für Webinare und für Schulungen. Wir haben Wert gelegt auf eine gute Raumausnutzung, viel Licht, aber bei gleichzeitigem Pragmatismus. Es sollte also nicht nur zum Anschauen sein, sondern es wird jetzt natürlich auch von uns sehr intensiv genutzt. Im Wiesnigen hatten wir Kontakt zum Herrn Meisel von der Firma Maiko. Der hat eine sehr professionelle Bauleitung hingelegt und uns auch bei Sonderwünschen sehr kaufmännisch fair behandelt. Weiter mit dem Herrn Gottsmann, der uns in der Produktion alles offen dargelegt hat und vorher erklärt. Die Innenarchitektin von der Firma Maiko, die Frau Döring, hat mit viel Fantasie und man muss sagen mit den begrenzten räumlichen Möglichkeiten hier eigentlich schon fast gezaubert. Die Handwerker von Maiko, die das ja letztendlich dann umgesetzt haben, ja man muss sagen, es sind noch richtige Vollbluthandwerker. Also unterm Strich, was das Team von der Firma Maiko dann als Ganzes letztendlich hier bei uns abgeliefert hat, kann man eigentlich nur sagen Hut ab. Es passt eigentlich alles. Man kann die Firma Maiko bedingungslos einempfehlen. Wer sich bei uns hier bei der PBO von der Professionalität und von der Qualität des Übers überzeugen will, der es herzlich eingeladen kann, vorbeikommen kann und kann es anschauen. Beim Team von der Firma Maiko möchte ich mich persönlich ganz ganz herzlich für die nette Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche allen noch viel Erfolg in den nächsten Jahren und kann wirklich froh sein, dass es so Hilfe von Maiko Maiko gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.